Seht das Lamm Gottes. Das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Gott, so wird meine Seele gesund. Dies ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das ist das Lamm Gottes. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.